Hallo, mein Name ist Gerald Padegruber, bin Area Sales Manager hier bei RubbleMaster und gehöre seit 2019 zur RM Family. Meine Aufgaben umfassen gemeinsam mit unseren Händlern Märkte aufzubauen und Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Mein Beruf ermöglicht es mir, die Welt zu bereisen und neue Kulturen und Menschen kennenzulernen.